Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes AC Kältemitteldrucksensor A Stromkreis hoch. Was bedeutet das? Dies ist ein generischer Diagnosefehlercode DTC, der normalerweise für OBDI-Fahrzeuge gilt. Zu den Fahrzeugmarken gehören unter anderem Chevrolet Chevy, Ford, Volvo, Dodge, Hyundai, Opel, Honda, Nissan, Renault, Alfa Romeo und so weiter. Der Kältemitteldrucksensor der Klimaanlage AC unterstützt das HLK-System Heizung, Lüftung und Klimaanlage bei der Regulierung der Temperatur im Fahrzeug nach ihren Anforderungen. Das BCM-Modul Body Control Module oder das ECC-Modul Electronic Climate Control überwacht den Sensor, um den Systemdruck zu bestimmen, und kann den Kompressor entsprechend ein- und ausschalten. Der AC-Kältemitteldrucksensor ist ein Druckwandler, der den Druck des Kältemittelsystems in ein analoges elektrisches Signal umwandelt, um die Überwachung durch die Fahrzeugmodule zu ermöglichen. In der Regel werden dazu drei Drähte verwendet, ein 5-Volt-Referenzkabel, ein Signalkabel und ein Erdungskabel. Die Module vergleichen die Werte des Signalkabels mit der 5-Volt-Referenz und können mit diesen Informationen sofort die Systemdrücke berechnen. Das ECM-Modorsteuergerät beleuchtet die MIL-Störungsanzeigelampe mit P0533 und den zugehörigen Codes P0530, P0531, P0532 und P0533. Wenn es einen Fehler im AC-Kältemitteldrucksensor oder seinen Kreisläufen erkennt, bevor Sie Diagnosen und oder Reparaturen innerhalb der Klimaanlage durchführen, müssen Sie sich der zahlreichen Gefahren bewusst sein, die mit der Arbeit mit unter Druck stehendem Kältemittel verbunden sind. In den meisten Fällen können Sie diese Art von Code diagnostizieren, ohne das Kältemittelsystem zu öffnen. Der Code P0533 AC-Kältemitteldrucksensor ACIRC-WE-H wird eingestellt, wenn eines der Module einen hohen elektrischen Wert im AC-Kältemitteldrucksensor A oder dessen Kreislauf überwacht. Ein Beispiel für einen AC-Kältemitteldrucksensor. Was ist der Schweregrad dieses DTC? Meiner Meinung nach ist der Schweregrad eines HLK-Codes ziemlich niedrig. In diesem Fall handelt es sich um unter Druck stehendes Kältemittel. Dies kann eher ein dringendes Problem sein. Wer weiß, ein Kältemittellag kann diesen Code verursachen, und austretendes Kältemittel ist definitiv eine Gefahr. Stellen Sie daher sicher, dass Sie über grundlegende Kenntnisse zur Kältemittelsicherheit verfügen, bevor Sie Reparaturen an der Klimaanlage durchführen. Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P0533-Diagnose-Codes können gehören, ungenaue Temperaturen aus der Lüfterluft eingeschränkte Nutzung der Klimaanlage. Lüfterluft-Temperatur unregelmäßig schwankend AC-Kompressor rastet bei Bedarf nicht. Ein HLK-System funktioniert nicht normal. Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen P0533-Code können sein, defekter oder beschädigter AC-Kältemitteldrucksensor AC-Kältemitteldrucksensor undicht niedriger oder falscher Kältemitteldruck Kältemittelstand beschädigte Drähte offen, kurz nach plus, kurz nach, und so weiter. Beschädigter Stecker-Problem mit ECC-Electronic Climate Control oder BCM-Body Control Module Schlechte Verbindungen Was sind einige P0533-Diagnose- und Fehlerbehebungsschritte? Bevor Sie mit der Fehlerbehebung bei Fehlfunktionen beginnen, sollten Sie die Technical Service Buildings TSBs für das jeweilige Fahrzeug nach Jahr, Modell und Getriebe durchsuchen. Dieser Schritt kann Ihnen Zeit und Geld bei der Diagnose und Reparatur sparen. Grundlegender Schritt 1 Je nachdem, auf welche Tools Kenntnisse Sie Zugriff haben, können Sie den Betrieb der AC-Kältemitteldrucksensoren problemlos überprüfen. Die zwei einfachen Möglichkeiten, dies zu tun, sind, erste abhängig von den Fähigkeiten und Einschränkungen Ihres OBD-Lesegeräts Diagnosetesters können Sie möglicherweise den Kältemitteldruck und andere gewünschte Werte überwachen. Während das System in Betrieb ist, um die Funktionalität des Sensors zu überprüfen. Zweite Wenn Sie ein AC-Manometer-Set haben, können Sie die Drücke mechanisch überwachen und die Drücke mit den vom Hersteller gewünschten Werten vergleichen. Tipp Wenn Sie keine Erfahrung mit Kältemittel haben, würde ich nicht empfehlen, in Druckprüfungen einzutauchen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie sich hier nicht über dem Kopf befinden. Kältemittel ist eine Gefahr für die Umwelt, sodass Sie nicht damit herumspielen müssen. Grundlegender Schritt 2 Testen Sie den AC-Kältemitteldrucksensor. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesem Sensor meistens um einen Drei-Draht-Druckwandler. Das Testen umfasst jedoch das Testen zwischen den Stiften und das Aufzeichnen Ihrer Ergebnisse. Die gewünschten Werte für diesen Test variieren erheblich zwischen Herstellern, Temperaturen, Sensortyp und so weiter. Stellen Sie daher sicher, dass Ihre Angaben korrekt sind. Hinweis Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Teststifte zusammen mit Ihrem Multimeter verwenden. Wenn Sie Stifteanschlüsse testen, ein beschädigter Stift oder Stecker kann in Zukunft zu zeitweise schwer zu findenden elektrischen Gremlins führen. Grundlegender Schritt 3 Überprüfen Sie die Verkabelung. Manchmal werden diese Sensoren an einer AC-Druckleitung oder in der Nähe einer Leitungsverbindung montiert, sodass der Kabelbaum entsprechend verlegt wird. Ich habe persönlich gesehen, dass diese Sensoren durch bewegliche Teile unter der Haube beschädigt wurden. Weil die Leitung nicht richtig gesichert war, stellen Sie sicher, dass der Sensor physisch gut aussieht und die Leitung ausreichend befestigt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017